Hallo liebe Freunde, vielen Dank für's Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es um Timon und Pumba und eine mögliche Disney Plus Serie dabei. Hast du was ausgefressen, Kleiner? Unmöglich, er steht ja ganz oben in der Nahrungskette. In der Nahrungskette! Wenn ihr euch im Allgemeinen für König der Löwen interessiert, könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren, um keine Videos zu dem Thema mehr zu verpassen. Außerdem habe ich euch in der Videobeschreibung meine Playlist mit den ganzen König der Löwen-Videos auf meinem Kanal verlinkt. Vor einigen Tagen konnte ich auf Facebook in einem Post lesen, dass Disney scheinbar plant, eine neue Serie zu Timon und Pumba zu drehen. Anfangs war ich beim Post noch etwas unsicher, da es sich ja natürlich auch wieder um eine Falschmeldung handeln könnte. Nachdem ich aber in den folgenden Tagen noch mehrere Posts zu dem Thema lesen konnte, bin ich mir ziemlich sicher, dass da was dran sein muss. In dem Post von InsideTheMagic.net steht, dass Disney Gerüchten zufolge eine Timon und Pumba Serie für Disney Plus plant. Allerdings weiß man noch nicht, ob die Serie im Stil des Zeichentrickfilms gehalten sein wird oder im Stil des Remakes. Es ist auch noch nichts zur Story bekannt. Disney selbst hat das Gerücht leider noch nicht bestätigt. Allerdings bestätigte Disney, dass es in Zukunft einige Original-Serien auf ihrem Streaming-Dienst Disney Plus geben wird. Aber was glaubt ihr? Stimmt das? Wird es eine Serie geben? In welchem Stil wird sie gehalten sein? Und um welche Story könnte es gehen? Schreibt es gerne in die Kommentare und stimmt dazu auch gerne oben rechts ab. Sollte es irgendwann ein Update dazu geben, werde ich natürlich auch wieder ein Video machen. Das war's auch schon wieder mit diesem relativ kurzen Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!